Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 59.100 US-Dollar. Wir nähern uns langsam aber sicher unserem größeren Short-Bereich, wo wir am Montag darüber gesprochen haben. Wir sehen aber auch am Rand alles momentan sehr, sehr grün. Also der ganze Kryptomarkt etwas im Aufwind. Trotzdem geht es jetzt darum, schaffen wir ein höheres Hoch oder werden wir jetzt im Endeffekt in unserem Widerstandsbereich jetzt erst einmal zurückgewiesen. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich angucken. Natürlich auch Ethereum, wir werden uns Gold angucken, DAX etc. pp. Alles, was wir sonst auch immer besprechen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Außerdem sind natürlich auch alle Altcoin-Videos, die ich mache, da drin auch gepostet, die dann auch im Endeffekt heute dann nachmittags auf jeden Fall weitergehen. Heute Nachmittag kommt wieder ein neues Update-Video. Und ja, wenn ihr Bock habt, gerne auch bei BingX anmelden. Ihr habt auch weiterhin immer noch die Chance, wöchentlich am Gewinnspiel teilzunehmen, indem ihr eure User-ID unten in die Kommentare reinschreibt oder auch in Telegram. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 59.100 US-Dollar. Wir haben einen größeren Pump heute Nacht nochmal gesehen, bis auf knapp 59.400 US-Dollar. Also exactly as planned, wie wir es im Endeffekt besprochen haben. Wichtig ist weiterhin eben hier auf Einstundensicht vor allem der Bereich hier oben um 59.800 bis knapp 60.200 US-Dollar. Dort liegt unser Golden Pocket von unserer letzteren größeren Abwärtsbewegung. Außerdem haben wir hier noch eine Ineffizienz plus auch noch eine Supply Zone. Also dieser ganze Batzen hier, dieser ganze grüne Block hier, dieser wird entscheiden und könnte auch dann im Endeffekt als Short-Szenario dann für uns dienen. Wir schauen uns das Ganze auch mal auf dem 4-Stunden-Timeframe an. Da sieht man es nämlich noch ein bisschen schöner, da ist die Zone auch, beziehungsweise unsere Supply-Widerstandszone, ist hier nochmal deutlich größer. Stop-Loss-mäßig muss man dann aber auch dazu sagen, müsste dieser auf jeden Fall hier oben bei 62.300 US-Dollar gelegt werden, weil wir hier auch nochmal so eine kleinere Ineffizienz haben, plus hier oben dann erst die nächste Supply Zone auf uns wartet. Und auch noch das 0.786er, was hier unten, oder was da oben besser gesagt auch noch liegt. Vom Stop-Loss her muss man dann aber auch sagen, 4,5% ist schon happig. Das heißt, wenn man hier mit einer Short-Position einsteigen möchte, dann sollte man dies wahrscheinlich eher mit zwei Positionen machen. Das heißt, hier am Anfang reingehen und dann nochmal hier kurz vor dem 0.786er und ein Stop-Loss dann hier oben eben bei 62.400 US-Dollar. Technisch gesehen würde ich jetzt einfach mal sagen, sieht es aber trotzdem nicht schlecht aus für einen grundsätzlichen Short-Entry-Pole. Hat gestern nichts wirklich Neues mehr gesagt, also da müssen wir uns jetzt keine Hoffnungen machen. Volumentechnisch geht das Volumen zurück. Wir sehen, steigende Kurse sinken das Volumen. Wir haben einen RSI, der langsam wieder ansteigt. Auch auf einen 1-Stunden-Time-Film haben wir bereits den RSI überschritten, hatten zwar jetzt nochmal einen deutlichen Volumenvorschuss. Trotzdem sehen wir grundsätzlich einen Volumenrückgang. Das könnte jetzt auf jeden Fall nochmal interessant werden, dass wir uns eventuell nochmal ein bisschen Liquidität ein bisschen tiefer holen. Hier bei 58.200 US-Dollar. Neun Anlauf starten mit einem möglichen Doppeltop dann hier, also auf kleineren Time-Films einen Doppeltop kriegen. Hit in die Supply plus in das Golden Pocket und dann möglicherweise nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Also dieser Bereich hier oben, um die 60.000 US-Dollar, wird meiner Meinung nach sehr, sehr entscheidend sein. Auch weil wir hier, wenn wir mal auch diese größere grüne Box einfach mal ein bisschen weiter nach oben hin verschieben, sehen wir dann auch, ohne diese ganzen Wigs, die vorher sehr, sehr relevant waren aufgrund eben der Liquidität, hatten wir hier in diesem Bereich sehr, sehr viel Support. Und dieser Preisbereich könnte dann jetzt eben zu Widerstand werden. Also da müssen wir jetzt dann mal gucken, für mich momentan eher ein größeres Short-Szenario, was sich hier ergibt, auch weil wir gestern schon die ersten Märkte hatten, wie der DAX, der ein bisschen eingebrochen ist. Deswegen für mich eher momentan Short-lastig. Sollten wir jedoch hier drüber kommen und auch mal einen 4-Stunden-Close über 60.600 US-Dollar sehen, dann sieht die ganze Sache anders aus, weil wir dann ein höheres Hoch wiederum haben und dann wiederum, sage ich mal, mit einem höheren Tief da nochmal. Also das heißt nochmal ein kleinerer Rücksetzer, vielleicht auf 58.600 und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das würde das ganze Szenario dann erst einmal etwas dämpfen und beziehungsweise für eine weitere Erholung in Richtung 64.000 US-Dollar sprechen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Wir haben kein tieferes Tief mehr leider bekommen. Also wir haben unseren Entry hier bei 2.796 US-Dollar knapp verpasst. Seitdem hat der Markt aber auch schon wieder ordentlich aufgedreht. Also auch hier stehen die Zeichen deutlich auf Erholung. Nächster Widerstand haben wir erst hier oben bei 3.300 US-Dollar knapp, zwischen 3.260 und 3.300 US-Dollar. Also das ist auch die Marke, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, die jetzt hier bei Ethereum als nächstes kommen wird, bevor wir dann im Endeffekt wie bei Bitcoin vor der Entscheidung stehen, entweder Short oder wir schaffen hier eben diesen Widerbruch nach oben und gehen dann in Richtung 3.500 US-Dollar. Wir checken das Ganze nochmal ganz kurz mit unserem FIP-Level, das heißt mit unserem Golden Pocket von unserem letzten Hoch zu unserem Tief. Und da sehen wir auch, okay, auch hier haben wir die Überschneidung perfekt in der Supply Zone, in der 4-Stunden-Supply Zone mit unserem Golden Pocket plus eben gleiches Spiel vergangenheitsmäßig. Hier waren unsere letzten Tiefpunkte, sag ich mal, bevor wir dann abgebrochen sind, beziehungsweise auch in der Vergangenheit immer wieder hier Support gehabt, beziehungsweise Widerstände. Also dieser Preisbereich hier, auf dem wir dann in den kleineren Timeframes dann folgen, ist dann auch in den größeren Timeframes sehr, sehr relevant und wird dann auch über, sag ich mal, das weitere Vorgehen dann entscheiden, ob wir dann ein höheres hochkriegen oder dann wirklich nochmal mit einem tieferen Abverkauf bis auf knapp 2.500 US-Dollar rechnen sollten. Ich bin aber, wie gesagt, weiterhin der Meinung, auch bei Bitcoin, dass wir 48 bis 52 auf jeden Fall nochmal sehen werden. Deswegen gehe ich bei Ethereum eigentlich auch noch davon aus, dass wir die 2.500 US-Dollar früher oder später auch noch einmal sehen werden. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Keine Neuigkeiten. Short-Szenario ist weiterhin hier oben bei 2.400 US-Dollar. Wir haben nur den Hit ins Golden Pocket bekommen. Wir haben aber hier noch, wie gesagt, die Ineffizienz. Das heißt, ich würde weiterhin gerne hier irgendwo in diesem Preisbereich Short gehen, bevor wir dann den nächsten Abverkauf dann möglicherweise sehen werden. Beim DAX leider nicht mehr zum Entry gekommen. Auch hier war ich scharf auf das Doppeltop, habe ich ja am Montag dazu gesagt, die 18.700 US-Dollar, 18.700 Punkte Marke. Das wäre so das Traum-Szenario gewesen. Sind wir aber leider nicht mehr hochgekommen. Wir haben keinen Doppeltop. Wir haben jetzt zwei kleinere Wicks hinterlassen. Wir haben gleich den Abverkauf bekommen. Die einzige Chance, die ich jetzt möglicherweise hier nochmal sehen würde, ist, dass wir nochmal in das Golden Pocket reinkommen. Ist nicht gut eigentlich, weil umso öfters man halt immer wieder in diese Supportzone reinkommt, desto schwächer wird halt dieser Support auch werden. Dritte Möglichkeit, die aber für mich eigentlich absolut höhenrissig ist. Jetzt Long macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Dafür haben wir hier unten noch so ein kleines Gap. Also gefällt mir charttechnisch gar nicht. Hoffnung ist eher, dass wir im Laufe des Tages eben diese Erholung nochmal kriegen in Richtung 18.700, dass wir dann unseren Short-Bereich reinknallen können. Ja, last but not least, Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier gleiches Szenario. Ich warte hier weiter auf die 1,086 Euro, um die Position zu verdoppeln. Ich möchte gerne diesen Monats-Pivot hier oben noch angetestet haben, bevor wir hier unsere Short-Position verdoppeln. So. Außerdem würde sich hier unten dann, wenn wir mal ganz kurz hier unten in den RSI reingucken können, würde es auch sehr, sehr gut passen, dass wir hier ein höheres Hoch im Chart kriegen, plus ein tieferes Hoch im RSI, heißt Bearish Divergence und dann auch hier zur Korrektur ansetzen. So. Das war es von meiner Seite fürs heutige Video. Später, wie gesagt, kommt dann noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Ich muss mal gucken, welchen Altcoin ich heute mache. Steht in der Verlosung noch aus. Schauen wir uns dann auf jeden Fall an. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns auf jeden Fall dann später wieder zu einem Altcoin-Update-Video. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Steck.